Rennspiele gibt es ja so einige auf den Gameboy. Manche sind technisch hervorragend umgesetzt und manche eher mäßig. Ich bin über dieses Spiel kürzlich gestolpert. Der Name und das Cover sehen schon sehr generisch und nichtssagend aus. Zu welcher Kategorie gehört es? Was taugt Lamborghini, American Challenge für den Gameboy auch heute noch. Das Spiel wurde von Taito Software entwickelt und auch 1993 bei uns veröffentlicht. In Nordamerika erschien es ein Jahr später und Japan bekam das Spiel gar nicht. Das Spiel erschien auch auf anderen Systemen, unter anderem neben Super Nintendo, Amiga CD32 und DOS Computer. Wer hätte das gedacht? Hier erwartet euch ein Rennspiel, in dem ihr mit einem Lamborghini Rennen bestreitet. Die Ansicht erinnert sehr stark an den Sega Klassiker OutRun, nur natürlich technisch systembedingt nicht so gut umgesetzt. Ihr seht euren Boliden, also immer aus der hinteren Außenansicht und heizt über die Landstraße. Dort befinden sich natürlich auch immer wieder der normale Straßenverkehr und die Konkurrenten. Höhenunterschiede bietet die Strecke allerdings nicht. Am oberen Rand könnt ihr die wichtigen Informationen wie euren derzeitigen Platz und die Geschwindigkeit angezeigt bekommen. Eine Streckenkarte gibt es leider nicht, aber vor allem allzu scharfen Kurven warnt euch immer entsprechende Pfeile. Immerhin wird das Spiel dafür im Vollbild dargestellt. Das Wichtige bei Rennspielen ist das Geschwindigkeitsgefühl und das ist hier okay umgesetzt worden. So ganz kommt es zwar nicht rüber, aber es gibt Schlimmeres. Soweit, also so normal. Wie gestalten sich denn diese Rennen an sich? Zum Start landet ihr auf einer Karte der USA, auf der diverse Rennmöglichkeiten markiert sind. Ihr sucht euch dort noch von einer Location aus, wobei ihr nicht immer alle sofort zu Anfang anwählen könnt und dann startet ihr das Rennen. Am Anfang könnt ihr dennoch im Shop neue Teile wie bessere Reifen oder einen Motoren-Upgrade kaufen oder in der Garage euer Auto reparieren. Je nachdem wie ihr fahrt, erhält euer Boliden natürlich immer Schäden, welches die Performance beeinflusst. Dann könnt ihr noch euren monetären Gewinn aufbessern, indem ihr auf den Rennausgang mit euren Konkurrenten wettet. Danach geht das Rennen los. Wenn ihr gewinnt, erhaltet ihr Geld, das ihr dann vor dem nächsten Rennen euren Wagen investieren könnt. Kennt ja alles von ähnlichen Spielen. Die Rennen gestalten sich dabei relativ linear. Die Strecken unterscheiden sich bis auf den Hintergrund ehrlich gesagt nicht großartig, bieten aber trotzdem genug Abwechslung, um nicht komplett langweilig zu sein. Ob ihr jetzt in New York oder in Texas unterwegs seid, macht allerdings keinen großen Unterschied bezüglich der Streckenführung. Aber auch ein Feind lauert bei den Rennern auf euch. Die Polizei. Erwischt ihr euch, müsst ihr natürlich eine Strafe zahlen und sie behindert euch natürlich bei der Fahrt. So hangelt ihr euch also von Rennen zu Rennen, tunet euer Auto und schaltet weitere Strecken frei. Zum Festhalten eures Fortschritts gibt es auch ein Passwort, welches aber leider sehr unpraktisch lang ist. Grafisch steht das Spiel durchaus solide da. Es ist natürlich technisch kein spätestens Titel wie We Rally 2, aber die Autos und die Strecke sind ordentlich dargestellt. Das Sound ist allerdings so eine andere Sache. Musik gibt es kaum und das Motorengeräusch ist einfach viel zu nervig. Was taugt Lamborghini American Challenge für den Game Boy also heute noch? Das Spiel geht durchaus in Ordnung. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel erwartet, und wurde daher nicht enttäuscht. Es gibt klar bessere Titel, aber hier macht man auch nicht viel falsch. Wenn ihr also mal ein okayes Rennspiel sucht, könnt ihr hier definitiv zugreifen. Das war Tessu Lamborghini American Challenge für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut! Tschüüüüü.